Herzlich Willkommen zu Ihrem aktuellen News Magazin. Heute ist es 06.06.2021, ich bin ja vollautomatischer Moderator und dies sind die brisanten Themen von heute. Unglaubliche 666 Hundekinds, nur mit melee Waffen, wurde von Slipperboa in BO4 erstellt. Jeder von uns kennt diese nervige Nomad Fähigkeit und ich kann mir nicht erklären, wie man auf diese idiotische Idee kommt, sich so einer teutischen Challenge zu stellen. Und man stellt sich unweigerlich die Frage, ob diesen Grind die letzte Stunde geschlagen hat. Der finale Dog Kill und ein Insert Coin Special gleich hier auf Ihrem Kanal. Gemeinsam haben wir die schlimmste Zeit der Corona Pandemie auf Twitch überdauert. Die Vorfreude auf Bobcorn Kino ist cyber-gigantisch. Ich präsentiere euch exklusive Einblicke in den lang ersehnten Blockbuster. Will wir uns fortbewegen? Hier in beiden schwebenden Bergen? Du musst springen, mein mechanischer Freund. Spring! Ja, mein Freund. Ja, mein Freund. Du hast es geschafft. Und jetzt komm wieder rüber. Dann malen wir dich noch blau an. Das war's für mich. Ich bin raus. Der Düber hat einfach verkackt. Lass mich doch einfach hier liegen. Spielt meinetwegen den Trailer ein von diesen Marvel Superhelden-Kloon-Dingsrums. Und lass mich einfach liegen. über den Kopf verkackt. Er schwebende uns in den Augen. Nur erst mal auf. Wir sehen uns in den Augen. Du gehst noch nicht hin. Über die Pon Differenten-Kleon-Ding-Kleon-Ding-ΐkernst. Wir sehen uns in den Augen. Wir sehen uns in den Augen. Die Augen. Animal Torch Flamme an Doctor Strange Aquatalk Flamme an know r it some instant it Wir bitten Sie um Ihre volle Aufmerksamkeit für eine Erwarnung der riesigen Bullseil. Aus verlässlicher Quelle wurde berichtet, dass aggressive Hundebanden Ihr Unwesen treiben. Das Verhalten und Ihre burshaftige Existenz wird auf eine hirnrissige Fehlentwicklung zurückgeführt. Die Betthunders bitten Sie, den Walfang umgehend einzustellen. Für Warnhinweise oder benötigen Support empfehlen wir die angegebene Hotline oder bei schriftlichen Anliegen die Mailadresse zu verwenden. Ansonsten einfach laut nach Mama rufen oder sich mit der Titan auszurüsten. Soviel dazu. Lassen Sie sich aber nicht auf das Glatteis führen. Zurück zum Thema des heutigen Tages. Sliber, kannst du mich hören? Ja und herzlich willkommen auch von meiner Seite. Wie kommt man eigentlich auf die völlig behämmerte Idee, 666 Nomad-Bestien mit dem Ballistikmesser zu zerschnetzeln? Tja, in erster Linie, weil es möglich ist. Aber vor allem hat es irgendwann einen Punkt gegeben, wo diese ganze Spezialistenzeug wirklich nur noch genervt hat. Und es hat irgendwie ein Kitzel gebraucht, es hat irgendwie Herausforderungen gebraucht. Und die haben uns dann eigentlich gegenseitig gestellt. Naja, und je mehr man sich mit dem Köter beschäftigt hat, desto mehr Spaß hat es gemacht, das perfekte Timing zu finden. Doch jetzt sehen wir uns erstmal die Live-Bilder aus dem Twitch-Stream an. Danach werde ich mich noch ein bisschen verzählen, was mir in dem Moment so durchs Köpfchen ging. Nein, ich verzeih' noch nie, ja. Ja, ich hab über ihm drüber geschossen. Fuck. Man, ich hab grad noch warten, ey. Ich hab so zig in den Augen, ich hab jetzt nicht getraut. Ah, scheißegal. Boah, ich hau' noch, ey. Also, halt, Scheiße, nur mal rein. Alter, ich hab 666. Bist du fertig? Ich hab's nicht gemerkt. Ich hab 666. Und ich hab's nicht gemerkt. Und ich war nicht dabei. Oh. Was mir da für ein Scheiß passiert ist, ich erzähl's euch von vorn. Daddy, wir haben dich chillen, grad völlig entspannt auf Firing-Range. Und weil wir schon da sind, holen wir den ein oder anderen Camper aus dem Head-Range. Ganz klassisch jagt mich Daddy mit der Fernlenkung durch die ganze Map. Und dann gab's noch ein paar softige Weitschüsse. Und die fühlen sich gegen Sniper so gut an. Es lief eigentlich ein bisschen zu gut. Und dann kam dieser Köter. Und biss mir voll. In die Weichteile. Oh nein, hinter mir einer. Vor mir einer. Oh, ich werde runter. Unglaublich, ich hab den Kill. Aber, äh, Moment mal. Verdammt. Ich hab ja einen Schiessig gebeten. Er soll seine Medikamente holen für den Rücken. Er wird schon so lange miteinander spielen. Oh mein Gott, ich bin echt außer mir. Und bei meinem Glück war das genau der Hundekill mit dem Knife. Mit der Nummer 666. Jetzt kommt mir das schon langsam Spanisch vor. Was? Ich glaub, du hast zwei eingeschleißt, die musst du dir jetzt mit dem Hund offen werden. Weil so viel Glück kannst du nicht haben. Das war nie, das war nie ausgebrocht. Ja, Jesus. Seid jetzt keine Arschlöcher. Das war nie ausgebrocht, dass ihr mich nicht unbeflütert oder so. Das ist Bullshit. Ihr nehmt nur die Scheißköter, weil sie effizient sind. Weil wir riesengroße Lieblingsmenschen seien es von mir zu haben. Deswegen, ihr Wichser. Den fand sogar ich gut. Ich hab 666. Ich sitz' keine Hunde mehr um, oder was? Ja, sicher bringe ich noch Hunde um. Aber ich gehe ja nicht mehr so drauf. Ich lauf nicht, der war immer richtig. Naja, okay. Ich weiß, dass es das erste Mal, dass ich etwas Nettes zu dir sage, aber du hast da echt cool. Oh ja, und Gratulation. Und jetzt spielt endlich das Insert Coin ein. Und tschüss. Ist das geile. Mein Körper schreit nach Mitti. Mitti, Mitti, Mitti. Herzlich willkommen zum Insert Coin Doggy Special. Wer immer noch mit dem süßen, schnuckeligen Wauwau Erbarmen hat und nicht wie ich von den übernatürlichen Kräften dieser Höllenbestie weiß, der sollte dranbleiben. Ha, 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 ha. Ah, ha, 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 ha. Jemand erzählt hätte vor, nach dem ersten, nach dem ersten Jahr in Black Ops 4, dass diese Spezialistenfähigkeit, die Spezialisten allgemein, Ich hätte mir vor allem auch richtig Spaß machen, oder sie mir in anderen COD´s edlen. Dieses Timing ist so herrlich, wenn es aufgeht. Den Typen hätte ich definitiv aus WKO. Ich darf euch auf alle Fälle sehr herzlich einladen hier, meinen Kanal ein bisschen zu verweilen, bei mir die Zeit zu genießen. Den Triumph, diese krasse Zahl erreicht. Leider halt. Schon krass. Nicht? Ja. Oh, tschüss, tschuldig. Oh! Oh! Na, Hund! Na, Hund! Tschüssiger Hund! Mal. Wie, 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 wie kommt der Hund durch meine Stolperminen durch, sag einmal? Ja, der kann durch. Oh, füssig durch die Mauer durch. Der, der kauflieren muss. Ist das super trock, oder was? Eheheheh! Ahaha, scheiße! Ah, ein Hund hinter mir! Hör auf! Hör auf! Der Hund verfolgt mich, oder? Hör auf, du scheiße! Nein, ich stifte ihn nicht. Na. Nein, es gibt einen Hund von derer Seite! Warte, warte! Alter, warte! Bist du wirst? Was was ist jetzt? Der hat einen Hund elektrisiert, und der Hund hat mich nicht... Nein, das gibts doch nicht! Das darf doch nicht! Okay! Das gibt sowas! Nein! Ah, der schießt da einen Auszahner! Ein Gewölfis aus den depperten Heißen. Jawohl, der hat ihn vergessen. Nein! Das ist ein Hund! Mann! Warte doch! Ich bin ein Hund alleine! Wo ist er? Nein! Noch mal ein Hund! Da ist er! Nein! Er kriegt mich! Der Hund hat sich nicht können entscheiden. Er ist mit dem Roboter rumgelaufen und der Hund verlangt. Okay, also ich bin raus. Geht's ja ab, du willst. Alle wollen zum Chinesen, alle wollen zum Bock. Alle schaffen es zum Bock, nur der Hund geht nicht kaputt. Das beim Chinesen. Was sagt ihr das Ganze? Ich mache alles nur Klischee, denke ich. Alles entscheidend zwischen zwei... Boah, das war jetzt hinter mir. Das war jetzt aber knapp. Bist du Tepper? Friesel! Friesel! Nein! Ich geh ins Wasser rein! Ich geh ins Wasser rein! Ah, Friesel! Ah! Ah! Ich bin in die Loch hätten klauen! Easy, Mann! Oh, man steckt doch hinten! Ah! Vielleicht hole ich mich jetzt! Nein! Nein! Was ist das? Ah! Er ist frustriert! Er war frustriert! Jetzt friste Schnee! Ja! Der Hund läuft zu mir vorbei und strengt rückwärts in mich rein, ey! Ich kann mich dann auch! Jawoll! Nein! Wieso tötest du mich? Nein! Ich bin mit dem Hund hin und her gelaufen! Ich hab gern Kursby auf, dass er das macht! Und du bringst mich schon! Ey, Alter! Das soll dir sogar mir wehgehen! Juch! Nein! Ich fahr nicht hier! Der Hund! Der Hund! Nein, du bist für mich! Ey, du blöder Köter! Ich hab dir erst nebengerettet! Ein Feind hat ihre Steuersysteme! Und auch feures Gehirn! Das ist der Hund! Er meint dies! Ja! Das ist ja ein schieses Geschenk, die Hund ist, ey! Was? Was war das? Was war das? Nein, da war jetzt irgendwie... Irgendwie war das ganz schön! Ganz schräg war das jetzt, ey! Ja! 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 Ich bin zufriede! Ich kann heimgehen! Für mich ist das Spiel fertig! Ich bin happy! Das ist gut! Packen wir zusammen! Wir können zusammenpacken! Warum? Nein! Nein! Was hast du jetzt gefressen da? War nichts! War da ein Schuh! Der Hund steht auf Schuh! Komm! Komm! Ja, komm! nun nicht zu verheiratet er hat da hat er sich so gut das ist das kreis nicht die wirst du jetzt schreck und kühle wird es das und kühle Ja, wie cool. Wo ist er? Komm schon runter, komm. Nicht wirklich, oder? Tatsächlich. Das ist doch nicht möglich, oder? Oh. Ari? Wo bist du? Du scheiß Köter, ey. Das gibt's doch nicht. Ja! Ja! Nein, einmal! Auf der Entfernung kommt der Person. Nein! Oh, du wirst er holen. Ah, es fließt! Du bist? Ey, ich muss unbedingt, ich möchte. Weg! Ist der Hund da? Nein! Okay, danke! Okay, ich. Okay, ich darf drüber. Ja, rechts. Ich habe mit der Auskunft. Ich kann einen, ich kann einen! Wo ist denn? Aber nicht von mir. Wirst du auch den Hund umbringen? Nein! Was? Was geht denn? Was? Lass, schämein Hund in Ruhe! Die fressen sollte dich! Oh, das ist Dei Hund! Das ist Seiner? Ja! Ja, ich vergiss aber das... Du Ratte, du! Lass mein Hund in Ruhe, lass mein Hund in Ruhe. Ja, lass mein Hund in Ruhe. Ja, Osten. Bin zu mir, wenn wir den Bruch in den Augen gesprungen haben. Oh, Hund, 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 Hund. Heißt auf. Ja, danke, Mati. Ja, ist deiner, gell? Ja. Du Ratte, du. Ist ja klar, dass er mich schützt. Du machst mir mein Grund, die Titel. Ooooooh! Wer hat das Geschütz hingestellt? Du! Machst schon? Ja, das ist der Bein. Ich hab kein Geschütz. Wie ist ich? Ja. Und? Fast! Zweite Feuer! Fast da! Ich brauche jetzt an den Hund. Magisch geht's auch einfach rauf. Ich hab's nicht. Ich hab's nicht. Ich hab's nicht so aufgelauert. Ich hab's nicht so aufgelauert. Das wirklich nicht gewiss. Nein! Nein! Ich hab's nicht von allen Seiten. Oh, ich hab's nicht. Wo? 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 Ich rate der Hund. Der Hund taucht direkt vor mir auf. Von dir. Oh, nein, 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 nein. Ich will das nicht. Wo? Ja! Ja! Im Nachschuss! Ein Fiesling, du! Ich hab recht, oder? Ah! Hafer und Guelton! Oh! 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 Ich hab da auch noch unterwischt! Scheiße, ich brauch noch 90! Hahaha! Ja! Ich hab da auch noch unterwischt! Ja, ich hab den genial! Und über den Hund gesprungen und nix was! Und der Hund ist wieder der Hund! 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 Der Hund ist so blöd! Oh! Ich hab den Hund! Ich hab den Hund! Ich hab den Hund! Ich hab den Hund geguckt! Ich hab den Hund! Ich hab den Schuss! Hab ich das jetzt richtig gesehen? Ach! Der Hund! 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 Den Hund! Der Hund! Was六! Wahnsinn! Das wäre Coinart��! W carre remote,ioè! Und der Bruin! Oh, kein Sniper-Modus-Gott. Oh, 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 oh. Oh, Sauhund, du. Boah. Alter. Der Hund macht mich so fertig. Ich krieg die 666 Scheißköter mit dem Messer. Ich krieg sie, Sauhund, du. Und wenn das das Letzte ist, was ich mach. Der Huber-Scheißköter. Ach, ich liebe ihn. Ciao. Oh, nein, nein, nein. Wir haben das beide mit der Angst. Ah, herrlich. Ah, was für ein Schwachsinn. Wie geil. Das ist eben ungesehen. Steht in der Türe, er lauft drüber. Angst, sich die Zähne auszubeißen mit einem Roboter. Super. Gisi, mir lohnt das jetzt. Mir lohnt das mit einem Kaffee miteinander. Das ist gut. Ja, passt gut. WhatsApp. WhatsApp. Du meldest dich bei mir, nachdem du auf dem Scheißhaus wurdest. Jawohl. Gut, passt. Gisi. Ciao, 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 ciao. Und an die fünf Leute, die noch dran sind, rundum sind. Leute, Mahlzeit. Oder so wie es der Gisi sagen würde, war mir eine Ehre. Habe die Ehre. were we they jetzt? Oder so wie es der Gisi deilen oder so wie er sich inspirierst da wird. uri. hin.